Hallo! Okay. Du, steh gut, oder? Ja, Kristin! Wir stehen jetzt mal in der Bau-Nummer. Ich glaube, die fahren wir an den Lückenband hoch an. So ein bisschen in den Zweifbänkel hinterher springen. Jetzt müssen wir noch mehr filmen. Wenn ihr mögt, setzt euch noch ein bisschen Elan runter. Ist das okay für euch?